Das ist echt krass. Also ich hoffe, dass ich jetzt diesmal das richtige gekauft habe. So. Gucken wir mal. Rezepte. Maki, Tekka, Tekka, Saki. Da, Saki. Jetzt haben wir alles da. Erstmal, was haben wir hier doppelt? Saki haben wir schon einmal. Also zweimal Tekka, einmal Saki. Gut. Ja, mein Gedächtnis funktioniert nicht mehr so frisch. Ich bin schon ein Jahrgang älter als ihr. Saki. Ja, ich würde gerne an das Rezept. Was macht er jetzt mit mir, wenn ich jetzt hier raufgehe? Geht doch. Also, das habe ich gerade nicht verstanden, warum das so gemacht hat hier. So, einmal hier. Dann einmal. Dann einmal. Tata? Yeah. Ähm. Und ein. Fisch. Super. Cool. Ähm. Ich habe mal nur noch Tekka zweimal. Das hat kein Problem, wa? Machen wir mal den Löwen glücklich. Fisch. Ach. Ähm. Einmal hier. Ähm. Spinat. Reis. Reis. Spinat. Was ist denn das vom Fisch? Wir haben den auf jeden Fall da. Der da? Yeah. Gut. Ehrlich gesagt, es ist nicht mein Essen. So, Tekka Maki. Nicht mein Essen. Ähm, da auch. Und jetzt noch dieser komische Fisch. Ähm, Thunfisch. Super. Dann haben wir das noch jetzt. Endlich geschafft. So. Wo ist er denn? L. Bringe Remi das Sushi. Wo ist denn Remi? Der versperrt den ganzen Weg hier. Hallo. Maui hat immer Zeit für seine Fans. Ich dachte, er sagt, Maui hat immer Hunger. Ähm. Würde eher passen. Du bist wirklich der Knüller-Zug. Äh, ehrlich jetzt so? Der Typ ist merkwürdig. So. Da ist er ja. Da in die Ecke wo hingehört, wa? Hey, du bist es. Ja, er erkennt mich an den Kochgünsten. Oh, Mensch. Danke. Ähm. Folge Remi, wenn er Ska sein Essen bringt. Ja, wo? Hallo. Nein. Mensch. Wir sind ein gutes Team. Ja. Bonjour. Ähm, ich habe etwas für dich. Vielleicht etwas, was du haben möchtest. Leider nicht. Au revoir. Aber du willst Pilze haben. Davon kann ich ja genug geben. Ah. Jo. Wir lesen einfach mal ganz still mit, wa? Ich gebe dir mal mein Futter, bevor ich noch dein Futter werde. Und weiter? Ah, dieser sogenannte Kuchen. Staub trocken, geschmacklos und ganz ohne Zebra oder Garzelle. Schaffe ihn mir aus den Augen. Schluck. Aber der Fisch ist akzeptabel. Die Zubereitung ist weitaus interessanter als der zappelnde Karpfen, den ich zuvor bekommen habe. Aha. Du hast mich beschämt. Ja, beschämtigt. Fürs Erste. Ähm. Mir erleichtert ihr, äh, ich bin auch erleichtert, wenn ich dann in deiner Situation wäre. Ehrlich, schätze. Was sonst bei... Nun würde ich ja nicht lange leben. Ähm. Freunde sind keine Nahrung. Oh, hallo. So, dann hatte ich mir das nächste Problem. Du darfst jetzt gehen. Knochen brechen. Suche nach dem Kassenschlüssel, der im Wald vergraben liegt. Äh, echt. Und füttere die Waschbären. Müssen alle hier so... Wie sagt man doch gleich... So nett sein. Hey, du! Willst du was haben? Ich habe leider kein Foto für dich. Oh Gott, halt die Fresse. Uff, das war ja echt mal... So ein klein... Also Donut Duck hört sich an so, als wenn der immer irgendwie zu viel Wortkacke getrunken hat. Sobald er den Mund auflacht. Oh, Schnabel oder Schnauze. Was ist das, was der hat? Im Wald. Die Ei... Diese komischen Waschbären, die lassen sich da nicht... Hm. Da vielleicht? Nö. Ähm. Ich mach mal kurz Pause und wer... Boah, ich kann das mal googeln. Ähm. Ich kann das einfach mal so googeln. Gut. Wie heißt die Mission? Kassen. Schlüssel. Ähm. 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 Im Wald. Im Wald. Vergraben. Ui. Ui. Schluck auf. So. So. Team Light Valley. Äh. 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 Mirabell. zu finden. Vor Ort, an dem Sie gehen müssen, ist eigentlich ganz in der Nähe von Christophs Haus. Wenn Sie nicht wissen, wo es ist. Wenn Sie nicht wissen, wo es ist, sehen Sie ein Screenshot. Hier ist kein Screenshot. Nächstes Bild. Ich hatte nur Kassen. Da wackelt die aber ganz schön zurecht, wa? Da wackelt die aber wirklich zurecht. Ich bin dein Vater. I lalalalalalove you, ooh. I lalalalalalove you, yes I do. Bis zum nächsten Mal.